Der alte Friedhof ist in mehrfacher Hinsicht ein literarischer Ort, den wir immer wieder aufsuchen werden. Auch im Zusammenhang mit dem Dichter, Schriftsteller, Kunstkritiker, Autor Ludwig Pfau. Der Grund ist ein Denkmal, mit dem die Stadt Heilbronn 1893 den reichseiniger Kaiser Wilhelm I. ehrte. Ursprünglich stand dieses Denkmal auf der Allee vor dem Prachtbau der Harmonie, von dort aus wanderte es nach dem Zweiten Weltkrieg in den alten Friedhof, wo es weitgehend unbeachtet sein Dasein fristet. Ludwig Pfau nahm starken Einfluss auf den Entwurf dieses Denkmals, auf sein Bildprogramm. Vielleicht weicht es gerade deshalb vom Muster anderer Kaiserdenkmäler ab, die Wilhelm I. wie etwa in Stuttgart als siegreichen Krieger zeigen, gerne zu Pferd. Pfau gab der Debatte in Heilbronn die entscheidende Wende hin zu einem Denkmal, das mit der Siegesgöttin an der Spitze zwar an den Krieg gegen Frankreich erinnerte, im zentralen Medaillon aber keinen Kaiserkrieger zeigt, sondern einen weißen Herrscher in der Tradition römischer Kaiserbildnisse. Die Figur der Germania unterhalb umfasst schützend zwei Knaben, die die Reichsteile Nord- und Süddeutschland symbolisieren. Beim Dreh im alten Friedhof fand sich die Germania mit einer Bierflasche bekrönt, die immerhin auf die Brauerei des Pfau-Zeitgenossen August Klus hindeutete. Aber wie kam der Preußenverächter Ludwig Pfau überhaupt dazu, den Preußenkaiser zu ehren? Nach dem Scheitern der Revolution 1849 hatte Pfau sein wohl bekanntestes Gedicht geschrieben, gleichzeitig eine Abrechnung mit dem Preußentum, badisches Wiegenlied. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, da draußen geht der Preuß. Deinen Vater hat er umgebracht, deine Mutter hat er arm gemacht, und wer nicht schläft in guter Ruhe, dem drückt der Preuß die Augen zu. Pfau hat sich vielfach mit dem Preußentum angelegt, etwa 1877, als er in einem Strafprozess in Frankfurt zu seiner Verteidigung ausführte. Das heutige Deutschland ist mit einem Worte nichts als ein vergrößertes Preußen, und das Preußentum klage ich an, weil es in das Heiligtum unseres Stammeslebens dringt und seine unschönen Götzenbilder an der Stelle unserer wohlgeformten Hausgötter sitzt. In dieser Rede geißelte er auch den alle Lebenskräfte aufzehrenden Militarismus. Eine solche Politik kann nur wie ein Alb auf der ganzen zivilisierten Welt liegen und muss schließlich zum Krieg aller gegen alle führen. Noch neun Tage nach dem Tod Kaiser Wilhelms I. am 9. März 1888 schrieb Pfau an Anna Spier. Und was endlich den Kaisertrubel betrifft, so ist mir dieser politische Götzendienst rein zu ekel, umso mehr, als der Kaiser ohnehin nur der Einband des Deutschen Reichs-Epos war und von den guten Eigenschaften, die man ihm zuschreibt, die wenigsten besaß. Dennoch, schon kurz darauf arbeitete Pfau am Denkmal für Wilhelm I. parallel zum Denkmal für Robert Mayer. Über das Kaiserdenkmal schrieb er an Anna Spier. Was nun das Kaiserdenkmal betrifft, so liegt mir das selbstverständlich weniger am Herzen. Aber ich kann doch nicht mit ansehen, dass man etwas Schlechtes macht. Auch habe ich immer noch so viel Anhänglichkeit an die Vaterstadt, obwohl sie ein trauriges Nest von Bonzen und Parvenus geworden ist, dass ich ihr ein hübsches Denkmal gönne, trotz meiner Abneigung gegen alles, was nach Fürsten und Kronen riecht. Pfau zeigt bei seinem Eintreten für die beiden Denkmäler, wie souverän er die modernen Medien kennt und sie zur Propagierung einsetzt. Er lässt etwa 1890 vom Buchbinder Hoffmann in der Kirchgasse 200 Exemplare des kleinen Modells des Mayerdenkmals aufziehen, um sie zu verteilen. Er stellte einen Holzschnitt mit dem Mayerdenkmal her, der dann samt Artikel in der sehr populären Zeitschrift »Die Gartenlaube« erschien. Auf diese Weise gelang es, den konkurrierenden Entwurf des Bildhauers Otto Ried aus dem Feld zu schlagen. »Das Riedsche-Modell ist scheusalig«, schrieb Pfau. Auf das Kaiserdenkmal nahm er direkt den Einfluss im Atelier des Bildhauers Wilhelm von Rümern in München. Er hatte sich von dem Viktoria-schreienden Chauvinismus noch nicht losmachen können und der Garmania ein großes Schwert, aber in der Scheide, wie er sagte, in die Hand gegeben. Ich fragte ihn aber, ob er je gesehen habe, dass eine Mutter, die ihre Kinder versöhnen wolle, zu diesem Geschäft einen Säbel mitführe. Nachdem Ludwig Pfau 1894 gestorben war, erschien in der Frankfurter Zeitung sechs Jahre später, im Jahr 1900, ein Spendenaufruf für ein Ludwig-Pfau-Denkmal in Heilbronn. Die Freunde Pfaus rüsten sich, um in seiner Vaterstadt Heilbronn ein Denkmal zu errichten. Das einen Mann ehren soll, dessen Wirken und Schaffen dem deutschen Geistesleben zu dauernder Ehre gereicht. Allein ein solches ist nie errichtet worden. Der Denkmalfreund Pfau blieb selbst ohne ein solches. Als letztes Zeichen blieb nur seine Urne an der Südseite der Leichenhalle auf dem Heilbronner Hauptfriedhof. ... ... ... ... Vielen Dank.